Herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung der Klemmbaustein-Lyrik, ausgegebenem Anlass und einem verbreiteten Internet-Meme folgend. Was ich eigentlich heute geplant hatte für meine Mittagspause, ist das hier. Was ich tatsächlich mache, ist das hier. Ja, kann man selbst entscheiden, was ist spannender. Es gibt auf jeden Fall Juristen, die finden gerade das hier deutlich spannender als das da. Also weg mit Winnie-Pooh, hin mit dem kleinen Schwarzen. Und das Ganze hat damit zu tun, dass heute eine Meldung kam quasi aus der Zukunft, wie wir hier sehen, vom 24. Mai 21. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern. Nein, ich gehe davon aus, also ich gehe nicht nur davon aus. Ich bin mir sicher, dass es hier ein Druckfehler ist. Und zwar geht sich um Folgendes. Vielleicht erst mal die Vorgeschichte. Lego hatte mal ein Patent. Ein Patent auf seine Steine. Und die besondere Form, beziehungsweise insbesondere auch das, was sie hier ja als besondere Innovation dann auch hatten, diese Röhren hinten, die ja dann erst die richtige schöne Klatschpower, also die Klemmkraft, erreichten. Dieses Patent ist vor einiger Zeit schon ausgelaufen. Seitdem versuchen sie mit anderen Mitteln ihre Rechte zu wahren an verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel Minifiguren. Das haben wir ja hier schon besprochen. Aber eben auch an verschiedenen Steinen. Unter anderem an dem hier. Und da gibt es rechtlich verschiedene Möglichkeiten, die auch hier immer mal wieder besprochen wurden. Es gibt ja sowas wie 3D-Marken, es gibt Marken und es gibt Geschmacksmuster. In Deutsch inzwischen Design genannt, im Englischen europäisch auch, aber die Deutschübersetzung der entsprechenden Regelungen auf europäischer Ebene reden immer noch von Geschmacksmuster. Und Geschmacksmuster kann man einfach eintragen. Das ist relativ einfach. Man macht ein bisschen Grafik und reicht das dann ein und das wird dann eingetragen für auch relativ wenig Geld. Was aber auch bedeutet, dass man für relativ wenig Geld dagegen vorgehen kann und sagen kann, nö, ist nicht rechtmäßig. Wenn das keiner macht, weil es keiner mitkriegt, wie auch immer, dann hat man dieses Recht erst mal. Wenn es jemand macht, dann wird drum gestritten. Und das ist nämlich genau um dieses Teil hier passiert. Und hier sehen wir auch noch mal, wie es denn entsprechend aussah in der Eintragung. Und das Ganze passierte damals am 2. Februar 2010. Und da ist das nämlich hier als Geschmacksmuster eingetragen worden. Das ist die Grundplatte insbesondere gewesen, daran erkennt man es vielleicht auch, die Grundplatte von den Minifiguren. Inzwischen kommt sie auch in Sets vor, aber eigentlich ist es das, was eben die Innovation, wenn man so will, war bei den Minifiguren. Jetzt gab es darum Streit. Und zwar beschwert hat sich insbesondere, und wer kennt sie nicht, die Delta Sport Handelskontor, die GmbH. So viel Zeit muss sein. Die sind unter anderem, soweit ich es verstanden habe, zuständig auch gewesen, glaube ich, für den Weitervertrieb von Lidl-Produkten, die mit Klemmbausteinen zu tun hatten. Die ja nicht von Lego waren, sondern von anderen. Aber die waren also dagegen wohl vorgegangen. Jetzt spielt noch jemand eine Rolle. Nämlich das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. EUIPO. Die sind nämlich unter anderem dafür zuständig, sich dann auch mit Beschwerden zu beschäftigen. Und die haben dann tatsächlich, nachdem erst Lego sogar recht gegeben wurde, in der nächsten Instanz, wenn man so will, gesagt, nee, passt nicht. Also muss leider gelöscht werden. Dagegen ist Lego dann wieder vorgegangen. Nämlich am 10. April 2019 gab es diese Auffassung. Und damit ist dann jetzt auch, ja, das Ganze wieder vor Gericht gelandet. Die Begründung damals war, dass es sicher hierbei, was hier da zu sehen ist, nicht wirklich um ein großartiges neues Design handelt, sondern hier eigentlich nur technisch. Was zu finden ist, das muss so sein. Das heißt, wenn man was miteinander verbinden will, dann braucht man Noppen. Und das ist ja dann auch verständlich, dass da Noppen drauf sind. Und deswegen, das ist alles rein technisch bedingt. Wie soll man es denn anders machen? So die Argumentation. Und diese Argumentation ist jetzt, tata, Lego, sozusagen als Ergebnis, nicht, Lego sowieso nicht gefolgt, aber das Gericht nicht gefolgt. Auch hier vielleicht kurz, damit man keine Missverständnisse hat. Das ist das Gericht der Europäischen Union. Das ist nicht der Europäische Gerichtshof. Die sind da zwar angegliedert, aber das sind zwei unterschiedliche Gerichte erstmal. Und die haben sehr wichtige Dinge ermittelt. Das ist, ja, finde ich schon wieder witzig. Ermittelt klingt so wie, wir haben da erstmal unser Sondereinsatzkommando losgeschickt. Und die haben folgendes rausgefunden. Die Noppenreihe auf der Oberseite des Bausteins. Ja, haben wir. Zweitens, die Reihe kleiner Kreise auf der Unterseite. Mensch, da haben wir es aber ermittelt. Das Baustein. Drittens, die beiden Reihen größerer Kreise auf der Unterseite. Ja, haben wir. Treffer. Viertens, die rechteckige Form. Ja, kriegen wir auch hin. Fünftens, die Dicke der Wände. Haben sie auch ermittelt. Das ist aber, boah, die haben da aber ordentlich was ermittelt. Und sechstens, da müssen wir eine Fernsehserie drüber machen. Sechstens, die zylindrische Cobra 11 übernehmen sie. Und ja, gucken sie mal, was das für ein Stein ist. Zylindrische Form der Noppen. All das wurde also ermittelt. Dabei wurde auch ermittelt, dass es natürlich irgendwie was mit Technik zu tun hat, das Ganze hier zusammenzuführen. Aber sie führen eben auch aus, dass das nicht unbedingt zwingend reichen muss, um das Ganze dann anzunehmen, dass es rein technisch ist. Sondern, lange Rede, kurzer Sinn, sie sagen da noch was von Ausnahmeweise. Und ob das was wie dann wie geprüft werden wollen, das wollen wir jetzt nicht zu lange machen. Aber man hätte nämlich, und das ist dann das Ergebnis, auch zumindest eines Erscheinungsmerkmals von angeforderten Geschmacksmuster erfassten Erzeugnissen nicht ausschließlich technische Funktionen des Erzeugnisses bedingt. Das hätte man sich mal angucken müssen. Und sie sagen, die glatte Oberfläche. Kinders. Vom EUIPO. Habt ihr denn auch die glatte Oberfläche ermittelt? Ja. Und da machen die einem Anschein nach gerade dicke Backen. Zumindest aus Sicht des Gerichts. Weil die glatte Oberfläche haben sie jetzt nicht gesehen. Hm. Tja. Zumindest wurde sie nicht ermittelt. Da hat man aber auch wieder, naja. Gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn und Spaß beiseite. Und das ist das Argument. Dass man sagt, hier, technisch bedingt, klar, irgendwie Noppen drauf, kennen wir irgendwie. Aber, dass diese glatten Oberflächen hier sind, das muss nicht so sein. Das ist Design, was vielleicht schützenswert ist. So ganz konkret, sonst wären es ja nicht Richter, beziehungsweise sonst wären es insbesondere keine Juristen. So ganz konkret lassen sie es natürlich nicht so sagen. Also, das wäre zu schön zu sagen, nee, das kann man so eintragen und fertig. Nee. Sie sagen ja nur, ihr habt das nicht richtig sozusagen geprüft. Das lässt natürlich viele Möglichkeiten offen. Nämlich unter anderem, dass das EUIPO erneut prüft mit den neuen Maßgaben und sagt, ja, habt ja recht, da sind glatte Oberflächen. Aber, und, das ist auch vielleicht technisch bedingt, dass das Gericht hier das Ganze schon so als wichtig ansieht, kann natürlich auch als Fingerzeit gesehen werden, dass man sagt, naja, vielleicht ist es doch dann ein bisschen mehr Design, als nur das, was ihr angenommen habt. Deswegen wäre ich mir nicht sicher, ob die das wirklich dann so prüfen würden und zum anderen Ergebnis kommen würden, weil das landet hier wieder. Und wenn die das hier schon so ausführen, kann man durchaus vermuten, es könnte dann auch einem irgendwie wieder vor die Füße fallen. Aber man kann auch noch dagegen, es gibt noch die Möglichkeit, hier Rechtsmittel einzulegen. Nach der Zustellung gibt es noch zwei Monate und zehn Tage. Wie das auch immer diese Fristen zurechtkommen, keine Ahnung. Und dann könnte also das Ganze auch noch mal vor das nächste Gericht landen. Wir sind also noch nicht am Ende. Aber, was nehmen wir sozusagen aus der ganzen Geschichte mit? Es ist manchmal nicht alles so eindeutig, wie man denkt. Zumindest vor Gericht und auf hoher See. Und ja, ich habe natürlich auch gesehen, wie Thorsten gestern, Johnny's World, da auch gesagt hat, er will zehn weitere Teile angehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, dieses Urteil, weil das natürlich auch Geld ist, wenn auch nicht ganz so riesige Mengen, aber doch in der Summe viel Geld. Und zum Zweiten sind das natürlich nicht immer nur Teile, die die glatten Oberflächen an den Seiten haben. Es gab ja am Anfang auch dieses komische Ding, dass Lego ja den Fünfer, einmal Fünfer mit den Noppen, wollte sichern lassen. Das haben sie ja wieder zurückgezogen, nachdem es, glaube ich, auch da deutlich Hinweise gehabt. Das ist, glaube ich, schon sehr technisch bedingt. Also keine glatten Flächen, sondern einfach nur ein normales Teil, dann wird man vielleicht zu diesem Ergebnis auch tatsächlich kommen. Aber wie das bei den anderen Teilen dann jeweils ist, ich habe gesehen, Thorsten, die neuen Straßenplatten zum Beispiel, da wäre ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, wenn man hier schon die glatten Flächen so wichtig sieht, da sind auch viele glatte Flächen. Also das könnte man wahrscheinlich als durchaus nicht nur technisch bedingt sehen, wo jeweils die Lücken sind mit den Noppen. Und bei anderen Sachen vielleicht ist es anders. Also es verbietet sich jede systematische Lösung und man darf also gespannt sein, wie das ganze Spalter geht. Es ist aber ein kleiner Etappensieg für Lego, mit dem wahrscheinlich nicht alle gerechnet haben. Und das, ja, es bleibt also viel Raum für mich als Jurist, demnächst weitere Sachen hierzu zu erzählen. Ist ja auch ein Fest. Also für Juristen. Ich freue mich aber auch, banne ich darauf, das hier dann demnächst vorzustellen, weil das ist so süß. Aber, warte mal, wir machen hier einmal auf, um einmal auch versöhnlich hier natürlich mit Spaß und Spannung das Ganze zu beenden. Das war's für heute erstmal. Wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Das könnt ihr machen, dem übrigens diesen Kanal abonniert. Und ach, ihr wirst ja Glocken drücken, was man alles machen kann. Ansonsten, ja, bis bald dann wieder. Habt einen schönen Tag und Mittagspause ist rum. Tschüss. Hätte was essen sollen eigentlich? Da sind ja Mittagspausen da. Naja, ist ja, Juristerei ist ja quasi die Nahrung des Juristen. Ich bin so süß.